Hallo, mein Name ist Michael Hackner, Erfinder von Graf Barf und Inhaber der CDS Hackner GmbH. Graf Barf, einzigen Rohfuttermenüs aus ganzen Fleischstücken, natürlich artgerecht und leicht zu portionieren. Eben das Glück am Stück. Wir als Familienunternehmer fühlen uns in einem besonderen Maße der Gesellschaft verpflichtet. Wir tragen soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, den Mitarbeitenden und der Umwelt. Gerade vor diesem Hintergrund hat es mich besonders gefreut, als ich von der Aktion Weihnachtswunder Kralsheim gehört habe. Und da war mir klar, da machen wir mit. Als Tierfutterproduzent war das Tierheim Dreherhof für uns der ideale Partner. Ich bedanke mich, dass wir dabei mitmachen können. Ich wünsche Ihnen allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das gilt natürlich auch für alle Fellnasen.